Ungefähr Was liegt denn da? Achso, ein makelloser Energieumwandler Ich glaube, wenn die mir Blut absaugt, falle ich nur oben Ohnmacht so groß wie die ist Okay Können wir auf irgendwas verzichten hier? Ja, können wir Den Rotz Nehmen wir nämlich lieber Den Energieumwandler, den makellosen Und kassieren 200 Piepen Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin Oder nicht Ah Jetzt bin ich wieder hier Okay, gut Dann kann ich wieder zurück Cool Dann sind wir ja doch nicht An etwas Vorbeigelaufen War es die richtige Entscheidung Da lang zu gehen Licht Die Kuppel Wow Cool Saturn Oder Jupiter Bin mir gerade nicht sicher Jupiter ist das, oder? Mit dem Fleck Ich weiß es nicht Das klang jetzt nicht so schön Tatsächlich Sauerstoffverarbeitung Gehen wir mal gucken, ne? Elias Ich hab's geschafft Hörst du mich? Klar und deutlich, Mann Und gutes Timing Bin auch gleich da Ich sehe die Bahnstation Auf der anderen Seite Wir treffen uns dort Nicht so schnell Siehst du das Gebäude Sauerstoffverarbeitung? Da drin ist eine Sicherheitsstation Du musst da rein Und die Abriegelung Der Kuppel aufheben Vorher kann ich die Bahn Nicht reinfahren Ich dachte mir schon Dass da noch was kommt Ganz ruhig, Kumpel Vertrau einfach dem Plan, ja? Und leg los Wir müssen dem Sturm zuvorkommen Oh, ein Roboter Muss mal vorsichtig sein Geh mir dir am besten mal hinterher Der Wetter wohl nicht wieder rumdrehen Okay, der Gefahr lang Sauerstoffverarbeitung Zwei Wir müssen noch eine Bahn von Black einrufen Nein, wir müssen das ein, denn Wir waren den gerade losgefahrenen Sie sind verfeucht, der Verfeucht, der Code Mach die Tür auf, Feigling Ich brauche den Code Ich muss irgendwie dorthin Ich brauche den Code Den brauchen wir irgendwie So, warte mal Hier ist so eine Station wieder Ja, kaufen 553 Das klingt doch gar nicht schlecht Gucken wir mal eben hier Schroflinden mäßig Boah, 1200 Stabilitätsupgrade Altair Boah, ich dachte, dass viel mehr an meine Beine Also bloß abhauen So Den Stock 900 Was ist das denn hier? Blocken, blocken, blocken Ja, früher oder später Will ich es eh brauchen, ne? Mach mal Und das war's erstmal Konterangriff blocken Nachdem du den letzten Angriff eines Gegners erfolgreich geblockt hast Drücke die linke Maustaste, um einen tiefen Angriff auszuführen Tiefe Angriffe fügen dem Gegner Schaden zu und werfen ihn um So, aber Müssen wir ja wissen, ne? Botanik Sauerstoffverarbeitung Wir gehen mal da rein Okay, das sieht irgendwie Duster aus Warte mal Blumen What? Ah, geblockt Der wird sich verwandeln Komm doch her Hoho Okay Erwischt Injektor Brauchen wir auch Gut Ne, kann ich nichts drücken Gehen wir doch So So War das ein riesen Vieh, alter Da haben wir noch mal Glück gehabt eben, ne? Warte, erstmal gucken, ob hier was liegt Nebel ist geil, ne? Ah, da können wir dann Da hoch Dann gehen wir erstmal hier looten Was ist hier? Aber wir gehen mal gucken Ja toll Kaputt Da müssen wir rein Irgendwie Da oder nicht Hm Okay Oh Shit, warum habe ich keine? Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da in dieses Teil da reinkommen Was? Ist da irgendwo Was zu erkennen? Naja, ne? Dann machen wir es so Hallo? Oh Und jetzt kommen die Viecher, ne? Oh, die kleinen Kackviecher Oh, lauf, lauf, lauf Okay Sonnenweg hier Oh Ja, ich bin hier. Ich hab den Abschmeckhaut Ah ja So, ich glaub eingesammelt haben wir so an sich gar nix, ne? 341 Nix zu verkaufen Kriegen wir ja nix für, ne? Ah doch, ja Da sind wir Ne, das war's, okay So, jetzt will ich aber noch mal in die Botanik Bevor ich den Code eingehe Und hier muss ja auch irgendwas gehen Und stellen Sie sich vor, wir werden hier zuerst hingegangen, dann hätten wir den Code ja gar nicht gekriegt Also Muss hier irgendwas sein Technikraum So, jetzt haben wir hier Munition und Energie im Wandler, den können wir dann Könnte man zu Geld machen? Nein Da will ich jetzt auf nichts drauf verzichten Ne, das ist viel Wir müssen evakuieren Negativ, wir müssen das eindimmen Solange ich hier das Sagen habe, rufe ich nicht einen Insatz ab Aber Wir verstehen das nicht Das sind Keine Insassen Nicht mehr Okay Okay Oh Ich krieg mir nur ein Glocken 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 Oh, Elfer wandelt sich So, haben wir wieder Platz im Inventar jetzt Ne Aber guck mal Sieht aus, dass könnte man das Inventar jetzt erweitern Also irgendwann erweitern Sechs weitere Plätze Das wäre ja schon Nice Boah, jetzt aber Mal Ähm Treffen Sie eine Auswahl 3,85 Ich weiß gar nicht Das Verscherbeln haben wir Immer noch nix Ne Ne Dann Elias, hörst du Ich hebe die Absperrung auf Gute Arbeit Ich fahre jetzt in die Station ein Ich kann sie nur leider nicht erreichen Der Steg ist eingestürzt Der Wartungsraum auf der anderen Seite hat Zugang zur unteren Ebene Vielleicht kommst du von dort auf den Steg Gut Beeil dich Der Sturm wird schlimmer Der Wartungsraum auf der anderen Seite Okay Mal gucken wo der Roboter ist Nicht dass der uns hier Probleme macht Oh die Geräusche C'est das Oh die Geräusche Wo war der Schild in der Technik Oh alter alter Ne Das sah anders aus Oder Doch Ich probier's mal Ne Hier komm ich nicht her Okay Flur Lass mal gucken Was hier rumliegt Luke Ah Das ist unser Fluchtweg Dann schauen wir mal Was hier versteckt Bahn verspätet Mhm Yummy Yummy Immer der falsche Knopf what 로 紅 Klasse 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 Knowing Klasse Klasse hey 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 alter 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 boah wenn die sich verwandeln keine chance mehr Junge ok ich will da was trotzdem rein da gibst du bestimmt irgendeinen Loot wenn die da so ein Aufriss machen dann musst du irgendwas Gutes geben gerne einfach deinen Schiff ok 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 Evakuierung Joa, mehr war es jetzt gar nicht Aber ja So Was ist denn hier mit der Spinde? Nee Spinde Okay Dann ab in die Luke What Ist geladen Da hinten läuft einer Mal eben gucken Kein Loot Okay, dann Da ist Loot Flinden Muni Das sind ein paar Drei Stück sehe ich Vier Oh Fuck Oh 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 Mann Das Nachladen dauert so lange Also Nachladen von der Knarre So So Ähm Genau Auf ein neues Auf ein neues Oh 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 Warte mal Kann ich hier Nein Jaja Warte Lass mich erstmal Energie tanken Falls ich denen nochmal begegne hier oh auch Oh 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 auch schon schade soll ich immer zurück und so alle töten ja nein ich kann nicht zurück schade wenn ich bestimmt noch was und credits kriegen können und so hier drüben ist nicht so übel ich hochklettern jetzt von diesem felsen runter gutes argument ganz ehrlich ich sehe scheiße aus ich rieche auch so hat jemand nicht erwähnt dass ich den baden muss ich habe gesagt dass es nicht leicht wird aber du hast es ja geschafft na ja wir beide noch nicht aber es wird du schaffst es die biester verändern sich mutieren ja ich denke wir sollten von ihr verschwinden warum der anzug die station bei der räumung schaden wir müssen raus um zur bahn zu kommen ziehen anzug an der sturm kommt immer näher wenn du so weit bist starte ich die schleuse ich habe dich nie gefragt wofür sitzt du was hast du angst dem mörder zur flucht zu verhelfen schon nun das tust du und jetzt es ist lange her okay war selbstverteidigung falscher ort falsche zeit ich hab damals viele fehler gemacht ja ich denke du hattest wohl einfach pech ich habe andere die schulden geben bis ich merkte dass sie bei mir lag kein an kommt seiner schuld hätte ich nicht besser sagen können da haben wir unseren endgegner da haben wir unseren endgegner aber wir haben immer noch ein paar noch ein paar zwei die Untertitelung des ZDF, 2020